Das ist die DAX-Analyse für Montag, den 6.7.2020 und unser DAX hat in der vergangenen Woche, wir haben wahrscheinlich einen Anruf hier aus Amerika bekommen, mit einer ganz tollen Idee, einfach mal nachzumachen. So hat sich unser guter DAX, wenn wir mal die Woche Revue passieren lassen, eigentlich ganz gut rausgestellt bekommen oben, ist nun sogar, letztendlich sogar schon in der Ausbruchsbewegung drin, die jetzt sicher auch noch die Woche fortsetzen kann. Ich persönlich habe irgendwie nicht so ein richtig wohles Gefühl jetzt für die kommende Woche, bin mir nicht so sicher, ob die glücklich verlaufen wird. Ich habe schon gemerkt, in der letzten Woche haben viele gestöhnt, die ganze Zeit immer hat man versucht, den Ausbruch zu handeln, der ist immer nicht geglückt. Und dann jetzt hier im Rahmen vom Feiertag und kurz vorher waren dann viele nicht ganz so darauf fokussiert, dass er tatsächlich auch kommt, kam dann aber. Und ja, man merkt halt so ein bisschen so ein, naja, das ist eine etwas andere Stimmung, die gerade so um sich geht. Und die Begeisterung ist da jetzt nicht in erster Linie dran. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch diese Woche dann nochmal ein bisschen auf den Schlips tritt. Und ich würde jetzt einfach mal so sagen, das war, weil es eben hochgegangen ist. Das wird vielen auf die Nerven getreten haben. Und so vom Gefühl, ja, ich weiß es nicht, ist es halt schon auch eine extreme Vorlage auf der Oberseite jetzt halt. Also auch wenn wir mal einen Wochenchart angucken, das, was er da jetzt reingestellt hat, also es ist schon eine Vorlage, um oben rauszugehen. Und dass er es tatsächlich macht, ist natürlich, ja, wir würden da noch nicht zu früh feiern wollen. Aber theoretisch jetzt hier eine Wochenkerze bis hier hochzustellen, 13, 5, 13, 6, ist halt auch kein Akt. Hier mal das Gap zuzumachen, hier ans obere Bollinger Band dran, einfach um das mal wieder ein bisschen abzuholen. Und sich danach dann runter wieder ans mittlere zu legen, sowas sieht man ja auch relativ häufig halt. Das ist der Dax da einfach, was weiß ich, hier, ne, stößt von oben, stößt er sich runter ans untere, probiert unten ein bisschen auszubrechen, dann läuft er wieder zu hoch, stößt einmal oben ans obere, kurz vorher knickt er schon ein, stößt dann oben ans obere und geht wieder zurück. So, das wäre jetzt hier grundsätzlich auch denkbar. Aber ich kann mir vorstellen, wenn der Dax jetzt auf 13, 5, 13, 6 läuft, dass das, ja, vielen, dass es viele schon ganz schön in Bedrängnis bringt halt, ne. Und wahrscheinlich muss er es deswegen auch machen halt, weil da momentan viel mehr Nerven fliegen würden als runter zu, so vom Gefühl her. Zumindest hat er es auch jetzt die Woche gezeigt, wo er jetzt deutlich nach oben gearbeitet hat, auch wenn ich ihn persönlich ja eher tiefer sehe. Aber ich bin da, ich gucke halt auch immer sehr gerne rechts und links halt, ne. Wie sind so alle drauf, wie reagieren alle. Und hier muss ich doch eher sagen, ähm, wirkt es so ein bisschen, wir sind auch zum Ende der Woche bei dem einen oder anderen ein bisschen die Nerven geplatzt, nach nun drei, vier Wochen komplett seitwärts. Was scheint gut Nerven gekostet zu haben. Sie können sich ja mal nochmal ein Video anhören, was wir hier unten, gucken Sie sich mal ein paar Videos an, die wir hier unten eingesprochen haben, die müssten ja noch online stehen, was unsere Erwartungshaltung immer gewesen ist. Ich will jetzt nicht wieder Hoffnung auf der Unterseite schüren. Das soll jetzt bitte nicht falsch verstanden werden, aber letztendlich ist es genau sowas, was wir eigentlich hier in dem Bereich sehen wollten halt, ne. Eine Seitwärtsrange, die halt alle die Nerven kostet, in der es wirklich über Tage, über Wochen einfach nur zur Seite geht. Alle eigentlich die Lust am Shorten verlieren und auch den Glauben am Shorten verlieren. Sowas wollten wir sehen und eigentlich ist es da. Also es ist eine schöne Vorlage. Um auch einen Rücktritt anzubringen, rein psychologisch betrachtet. Könnten wir allerdings auch vorstellen, dass er halt, wie gesagt, einmal nochmal vorher oben raus steigt, um halt einfach diesen Impuls dann auch zu geben, dass die Leute halt einfach hinwerfen und sagen, komm, scheiß drauf, weg. Kein Bock mehr. Und weg, hab's verpennt, hab ein Crash verpennt, vorbei, aus, erledigt die Kiste und ich beschäftige mich wieder mit was anderem. Also sowas könnte ich mir gut vorstellen, dass es noch kommen kann. Deswegen sollte man auch dem DAX oberseitig, wenn er jetzt auch zum Montag nach oben rausarbeitet, noch Chancen einsprechen, äh, zuräumen. Letztendlich, man kann sogar 13.500 ins Renn werfen. Also so als Wochenziel, jetzt nicht für den Montag. Ähm, weil wenn er sich jetzt gut heben kann und gut, gut, gut halten kann und halt hier die 12.8 geknackt bekommt, und das ist halt so wirklich, das ist halt ein brachiales Brett halt, ne? Also es ist jetzt auch nicht irgend so ein Puppelwiderstand. Das ist schon ein ordentliches Ding. Da hat, da hat er, wie lange war das? Von, ähm, November 2019 bis gut und gerne Februar 2020. Da hat er gut vier Monate drauf rumgeeiert, ne? Immer von oben auf der 12.800 hat sich wieder ein bisschen Schwung geholt. Jetzt sind wir von unten dran. Das hat schon richtig geknirchelt, ne? Ähm, bin gespannt, wie das aussieht. Also vielleicht machen wir auch einfach ein kleines Doppeltop. Und ab die Kiste, also von, von der Stimmung her, würde ich schon sagen, wäre unser DAX reif, aber ich fühle sie auch nicht zu sehr motivieren, da irgendwo dagegen zu halten. Warten Sie ab, bis die richtigen roten Kerzen kommen halt, ne? Bis wieder schmackische, schöne, rote Kerzen kommen und dann kann man da einfach nochmal probieren. Ähm, ansonsten im Zweifel halt auch erst mal rennen lassen. Und Platz geben sollte man, sollte man ihm schon. Die Vorlage ist auf der Oberseite und wenn er hoch arbeitet, ähm, er kann hier nochmal bis ans Top ranlaufen halt, ne? Also bis an die 12.800, 12.000, äh, 13.000. Kann er durchaus nochmal reinsprechen. Deswegen würde ich den Tagesschart hier jetzt an sich nicht anpassen lassen. Ähm, ich würde aber schon denken, ein neues Unterschreiten unter der 200-Tage-Linie jetzt hier, das würde dann vermutlich aber auch, ähm, jetzt, wo er sich so schön oben ausgestellt hat, wäre das dann wieder ein Fehlsignal auf der Oberseite. Und auf Fehlsignal auf der einen Seite reagiert der DAX meistens mit einem Versuch auf der anderen Seite und dann wäre hier sicher nochmal eine 11.800 drin. Und, ähm, ich weiß auch, dass das vielen auf den Keks geht momentan. Ich kriege das schon mit, hab dann, also ich lese das ja auch, was andere Leute schreiben, ne? Jeden Tag immer wieder die gleichen Marken und dafür brauche ich dich nicht, dafür brauche ich keine Analyse. Aber wir können es auch nicht ändern, ne? Also, dass sich der Markt jetzt fast drei Wochen hier nur auf der Stelle bewegt hat und wir immer wieder das Gleiche erzählen müssen, das ist nun nicht unbedingt dem geschuldet, dass ich ihnen nichts anderes sagen will oder kann. Und es liegt dann einfach, dass sich der Markt halt nicht verändert hat, ne? Und, ähm, wir können nicht jeden Tag dann eine völlig andere Chartanalyse machen, nur weil der Markt wieder genau an der gleichen Stelle liegt, ne? Also, wir wissen schon hier, wie wird irgendwann ein Ausbruch kommen? Der wird nach oben oder nach unten gehen? Wissen können wir das nicht, ne? Das heißt, wir können uns nur wappnen. Sprich, sprich der oben raus, muss man die oberen Ziele ausklappen, springt er unten raus, springt er die unteren. Das heißt natürlich aber auch, wenn er anfängt, nach unten anzuziehen, müssen wir uns darauf einstellen, was passiert, wenn er unten ausbricht? Was passiert, wenn er dann wieder nach oben anspielt und oben ausbricht, ne? Das sind ja immer wieder die gleichen Szenarien und in dem Moment, wo er hin und her geht, kann ich nur immer wieder sagen, ne, denk dran, was passiert, wenn er oben ausbricht? Denk dran, was er unten ausbricht. Ja, das ist aber nicht, weil ich keine Lust habe, mir mehr Gedanken darüber zu machen oder ihnen hier irgendwie was vorenthalten will, sondern es ist halt einfach so, ne? Steht halt auf der Stelle und da kann er auch nicht jeden Tag mehr reininterpretieren, als am Ende ist. So, jetzt sind wir aber an der Möglichkeit, jetzt sind wir da dran, oben auszubrechen, dass es gelingt. Es kann natürlich auch ein Fehlausbruch werden, aber wir müssen jetzt erstmal annehmen, dass es gelingt, ne? Das heißt, wenn jetzt hier keine roten Tageskerzen reinkommen auf der Ebene, sollten wir davon ausgehen, dass eine 12.800, 13.000 erreicht werden kann. Dann kriegt er gleich zum Montag eine rote Tagessätze, muss man dann schon wieder sagen, ah, Vorsicht, ne, Obacht, gerade wenn die auch unterhalb von 12.3 laufen, also eigentlich eher 12.4, ne, gucken wir uns gleich im Zwei-Stunden-Chart an, ne, aber das wäre schon, das wäre schon wieder ein Auskorn dann der politischen Chance. So, und dann geht das wieder los, ne, können sich die einen oder anderen wieder drüber ärgern, dass wir dann wieder das Gleiche erzählen, ne, aber unter 12.100 müssen wir dann wieder die unteren Ziele rausklappen, ne? Also das heißt, unter 12.100 ist dann wieder die 200-Tage-Linie hier im Rennen um die 12.150 rum und eben darunter und wenn es ihm dann gelingt, das eben zu unterbinden, auch die 12.000 wird dann wieder ein Thema und geht er unter die 12.000, dann wird wieder die 11.800, ne? Aber das ist wirklich nicht, weil ich sie ärgern will, das ist halt einfach so, Punkt. So, dann gucken wir jetzt hier rein, was haben wir hier, einen Zwei-Stunden-Chart gesehen, was wollten wir haben, wir wollten einen Pullback haben auf die 11.430, 11.370, das ist eben der Punkt, wo wir, wo wir gesagt haben, das wäre von oben jetzt nochmal schön, weil das von unten immer wieder so ein langer Widerstand war, ähm, das bleibt eigentlich noch akut, ich würde es sogar einfach mal mitnehmen, weil er war ja noch nicht dran, er hatte sich jetzt erstmal am mittleren Band geholt, das heißt, es wäre sogar nochmal denkbar, dass er das versucht, ähm, zum Montag, die 400 und, ähm, die 430, 470 da abzuholen, drunter bleibt es auch dabei, bricht er wieder in die Range zurück, haben wir oben einen Fehlausbruch, einen erneuten Fehlausbruch, der kann mit ordentlich Dynamik nach unten abgestraft werden, das haben wir immer wieder gesehen im DAX, ne, und auch das erzähle ich immer wieder, ne, war zum Beispiel hier, war auch ein Fehlausbruch, und dann sehen Sie, da ist er wieder in die Range zurück, und was hat er gemacht? Einmal bis unten durch, ne, das ist das typische Verhalten vom DAX, deswegen, ich würde hier unten einfach sagen, geht er tiefer, geht er drunter, und auch dann so in den Bereich um 330, 300 wieder, kann man schon davon ausgehen, dass das ein Fehlausbruch war, dann haben wir wieder die 200, die 150 unten, von dort vielleicht nochmal eine Reaktion in die Mitte rein, und dann Abflug nach unten, und hier unten wäre es dann tatsächlich so, 11800 ist nochmal eine gute Auffangzone, und dann geht es tiefer, und ansonsten ist alles, was oberhalb geht, alles was auch über die Hochs geht, über 650, 660, ähm, tendenziell dann wieder Richtung 13.000 und 12.800 zu sehen, ja, ich weiß auch, die Zahlen kennen sie, aber sie bleiben halt auch gleich, der Chart ändert sich nicht, egal wie oft wir drauf gucken, so, ja, und ich kann das auch nicht ändern, wenn er, wenn er, wenn er dann knapp drüber bloß so sticht halt, ne, und das nicht, das ist halt, wir machen nur eine Chart, ich kann nicht zaubern, so gern ich Ihnen das wünsche, dass er immer das Ganze exakt so macht, aber sehen sie es nach, also, wir müssen jetzt erstmal so rangehen, tendenziell wären neue Hochs, wären Kaufsignale, ne, was er damit macht, kann ich nicht sagen, aber tendenziell ist es ein Kaufsignal, wir haben eine starke Aufwärtsbewegung, das heißt, unsere Erwartung vom Markt ist, dass er, wenn er das neue hoch setzt, auch das kauft, wenn sie aber sehen, das macht der nicht, ne, sondern der bockt direkt nach unten weg, nachdem er so einen hoch setzt, ja, dann bitte, nimmst du das auch wahr, und dann, und dann, und dann reden sie sich nichts, zurecht, ja, sondern dann, train sie einfach, was sie sehen, und wenn sie sehen, der will der nicht drüber, ne, dann können sie den auch nach unten nochmal ein bisschen mit begleiten halt, ne, aber dann nicht hinstellen, denn der Martin hat gesagt, und wenn der hier drüber ist, dann muss der bis da hoch, ne, und dann am Ende, Martin böse angehen, weil der Dax vielleicht mal kurz hier drüber guckt, und dann drunter, ich kann es nicht beeinflussen halt, ne, ich kann es nur so sagen, wie es ist, und rein technisch gesehen, haben wir hier eben oben einen Punkt, wo wir sagen können, das wäre ein neues Hoch, das wäre, warum machen wir das, ein Aufwärtstrend hat als Definition, höhere Hochs, höhere Tiefs, die haben wir seit hier, ne, eigentlich sogar seit hier, aber nehmen wir mal die Bewegung, höhere Hochs und höhere Tiefs, das heißt, wir gehen davon aus, wenn er ein neues, höheres Hoch stellt, dass er mit dem nächsten Tief auch wieder nicht tiefer kommt als das, und sich dann Stück für Stück eben weiter hocharbeitet, das ist die Erwartungszeitung, ne, und deswegen setzen wir den Trigger hier, und deswegen ziehen wir den so, was der DAX draus macht am Ende, bestimmt trotzdem der Markt, ne, immer mit offenen Augen durchgehen, und das mitmachen, aber so perspektivisch wird, verdichtet sich jetzt schon, dass wir hier oben auf ein mögliches Doppeltop hinlaufen, wir haben da einen Gap Close bei 12,925, ne, aber es kann schon ein Doppeltop werden, ne, auch aus dem Punkt, weil wir so langsam hoch zu brauchen, nachdem wir hier so schön nach unten getreten wurden, und ansonsten, ne, 4,30 ist attraktiv, 4,30 bis 3,70 ist eine sehr attraktive Zone, Montag, Dienstag, je nachdem wann er es anspielen will, wäre, wäre eine gute Long Chance tatsächlich, ne, und auch hier, ja, es ist eine gute Long Chance, es ist eine gute Long Chance, das heißt, die können für sich werten, wenn der da durchsteigt, dann habe ich das nicht einfach scheiße analysiert, sondern dann ist der Markt viel, viel schwächer, und frisst diese ganzen Longs, die da reinkommen, einfach auf, und die frisst er nicht auf, um 10 Punkte drunter, die dann nach oben wieder in den Gewinn zu lassen, sondern der schmeißt die unten raus, das heißt, sie können sich natürlich auch so eine Zone einfach erstmal angucken, 4,30, 3,70, dann guckt man sich das an, und wenn sie sehen, der ballert durch, dann schauen sie einfach mal rechts und links, wo hauen die Leute alle ihren Stopp rein, die bei 4,30 reingegangen sind, und dann ist das ihr Ziel, und wenn sie sehen, den ganzen Tag hauen dann alle nur noch long, long, long hinterher, dann treten sie den bis unten durch, aber Augen auf im Straßenverkehr, also das ist wirklich, das ist wichtig, dass man versucht auch aktiv, das zu deuten, was man sieht halt, nichts anderes machen wir ja im Dienst letztendlich auch, versuchen aktiv einfach mit der Bewegung zu deuten, wo sehen wir jetzt Käufe überhängen, und Verkäufe überhängen, ja, gut, okay, also ich finde, wir haben ein recht klares Bild, wir sind auch, anders als das jetzt andere gesagt und gesehen haben, wir sind trotzdem noch sehr, sehr, sehr sauber in diesen großen Marken drin, also sei das hier 600, 640, sei das diese 4,30, 400, 3,70, die von oben immer stabilisiert, als auch die 200, 1,50, wir haben schon sehr, sehr, sehr klar definierte Widerstands- und Unterstützungszonen, auch oben die 12,800, die 12, die 13.000, weiterhin hier eine sehr interessante Zone, sie können sogar auch überall von 12,800 erst gehen, also Sie sehen das hier, die erste Linie fängt hier bei 8,84 an, wir haben hier eine Gapkante bei knapp 900, das heißt, man muss gar nicht gleich bei 800 anfangen, das kann man schon ruhig ein bisschen enger hier oben um diese Zone drum herum zornen, aber die Marken sind groß und die sind markant, und versuchen Sie von Marke zu Marke da zu denken, und nicht zu kleinteilig sich dann irgendwo zu verlieren, und dann, ich finde, er macht das, er läuft schon relativ straight immer wieder die markanten Marken ab, deswegen würde ich auch die 4,30, 3,70 würde ich für die Woche wirklich meinen Fokus setzen, so, und alles was hoch geht, wir müssen hier oben auch eigentlich sogar einen Long Trigger mit reinsetzen, alles was hoch geht, ist bullig zu werden, das heißt, kommen wir per Aufwärtsgap rein, drückt uns den Markt weiter hoch, bullig, 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 und dann kann der bis zur 13,500 die Woche durchsteigen, das kann er, das kann er, ja, wollen wir es so machen, so machen wir es, okay, also, damit, würde ich sie in die Woche, denke ich, gut rein starten lassen, ja, ich denke, wir haben alles beleuchtet, wie gesagt, ich bin kein Hellseher, ich gebe mir sehr viel Mühe, ihnen das hier so neutral wie möglich darzustellen, wo wie was reagieren kann, aber trotzdem, also, ich bin nicht der Markt, ne, also, ich weiß auch nicht, was kommt, ne, ich kann Ihnen nur immer so sagen, wo ich die Punkte sehe, wo ich das größte Reaktionspotenzial sehe, und wie zum Beispiel hier auch so ein Longtrigger, ne, den er letztendlich auch schön, schön aufgegriffen hat, ne, auch hier sieht man immer wieder, ne, wie er trotzdem, trotzdem in der Analyse irgendwo bleibt und seine Muster, seine Bahn zieht, ja, so, und das kann ich ganz gut und da können sie, ja, da können sie, da können sie sich dran orientieren, ein bisschen halt, ne, ähm, ja, ansonsten, zu 100% Vorhersagen, das kann ich nicht, das kann auch keiner, das ist auch keine, gute Erwartungshaltung, so, ja, und dann hoffe ich, dass sie gut kommen, durchkommen, ich sage es nochmal, so richtig gutes Gefühl habe ich für die Woche nicht, denke, dass da noch ein bisschen Frust irgendwie kommt, mal gucken, woher der Wind dann weht, schauen wir mal, gut, also, gutes Gelingen, guten Wochenstart, vernünftig bleiben, sauber traden, und maximale Erfolge, bis dahin, tschöö, 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 Vielen Dank.